Der Schützenbund hatte eine weitere demonstrative Aktion für die Unabhängigkeit des Landes gesetzt. Im Finchgau und in Ulten wurden Feuer in Schriften entzündet. Wie schon bei ähnlichen Aktionen vor einigen Tagen sollte mit der Schrift »Jetzt« und »Freiheit für die Unabhängigkeit« von einem zentralistischen Staat demonstriert werden. Die Schützen verstehen ihre Aktion aber auch als Rückendeckung für die Landesregierung, die den Sonderweg zum Wiederhoffahren des sozialen und wirtschaftlichen Lebens in Südtirol beschlossen hat.